Dieses Wetter hat auch noch zu was anderem eingeladen, nämlich zum Fotografieren. Wir haben heute wirklich so viele tolle Fotos bekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Aber wir mussten uns dann für eins entscheiden. Und das ist dieses hier. David Scholz aus Dortmund hat es uns geschickt. Er hat es aufgenommen am Dortmund-Ems-Kanal in Dortmund-Holthausen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und an alle anderen natürlich auch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Schicken. Wir gucken mal aufs Wetter, ob das Wetter wieder so toll wird zum Fotografieren. Hier sind die Aussichten.